Der FC Bayern München hat Interesse an Ousmane Dembélé, das berichtet unter anderem die französische Likip. Am Ende der Saison läuft der Vertrag aus von Ousmane Dembélé, damit könnten sie ihn ablösefrei holen. Aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich an Bayerns Stelle Dembélé holen würde. Also fußballerisch ist er Weltklasse, ist er unfassbar gut, quasi beidfüßig, dribbelstark, extrem schnell, torgefährlich. Also er bringt eigentlich alles mit, um sogar einen Ballon d'Or irgendwann mal zu holen. Aber, er hat zwei Punkte, die bei einer Verpflichtung beachtet werden müssen. Die eine ist natürlich, er hat einen etwas schwierigeren Charakter, das muss man ja so ehrlich sagen. Es gab immer wieder Probleme im Barcelona, er kam oft zu spät, hat viel gezockt. Es wurde immer wieder berichtet über die ganzen Geschichten rund um ihn herum. Und die andere Sache ist natürlich, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Dafür kann er natürlich nichts, aber immer wieder plagen ihn Verletzungen. Gerade wenn man denkt, oh jetzt startet er richtig durch, da verletzt er sich leider oft wieder. Deswegen muss man da gucken. Unter anderem auch Paris soll Interesse haben, auch in England sollen einige große Klubs an ihm dran sein. Also muss man mal schauen, ob die Bayern da wirklich die Chance haben, da am Ende der Sieger zu sein auf dem Transfermarkt. Denn wir wissen auch, dass die Bayern ungern so riesen Gehälter zahlen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Dembélé natürlich schon ein ordentliches Gehalt haben will, was ihm PSG sicherlich gerne bezahlen wird. Oder vielleicht auch in England wird es ihm bezahlt werden. Ob die Bayern das bezahlen werden für einen Spieler, der sehr verletzungsanfällig ist. Also ich glaube wirklich, dass die Bayern ihn noch ein Jahr schon beobachten, wie berichtet wird. Aber ich kann mir eigentlich aktuell nicht vorstellen, dass sie bei ihm ernst machen. Oder Freunde, was ist da eure Meinung? Sollte man ihn holen, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder. Und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.